In der Sprechstunde von Gynäkologin Christina Trautner löst die mangelnde Bindung einer Mutter an ihre kleine Tochter Alarmstimmung aus. Mensch, du bist ja wieder so schlank geworden. Hallo. Anja, gib mir mal das Kleine. Oh, was ist denn los? Warum weint sie? Komm, gib mir mal. Oh Gott, komm, ist klein. Das war ja jetzt klar, ne? Was ist denn los? Das ist ja auch immer auf, war zu schreien, ne? Mal mitkommen. Frau Woll kam jetzt drei Monate nach Entbindung, nach Kaiserschnitt in die Praxis, kenne ich seit vielen Jahren. Die hat vier Anläufe gebraucht, um Mutter zu werden und ich bin davon ausgegangen, dass die überläuft vor Glück. Aber das hat sich herausgestellt, dass da irgendwas ganz im Unreinen war. Gott sei Dank, dass sie da ist. Das war ja nicht so wenig finanziell für euch mit den drei Befruchtungen, ne? Und meine Mutter hat uns einfach geholfen. Wir hätten es finanziell nicht nochmal geschafft. Und wieso haben Sie da, was haben Sie da getan? Ich habe das finanziell halt bezugeschusst. Wie wird das auch klappt? Ja, aber das finde ich ja toll. Ach, das ist doch, hör mal, das ist doch selbstverständlich. Wir sind doch eine Familie. Dafür haben wir die Eltern jetzt. Wir haben das Baby. Die Zuzahlungen zu den Krankenkassen im Fall einer künstlichen Befruchtung ändern sich häufig. Im Moment ist es so, dass die Länder aufgrund einer abnehmenden Zahl von Kindern auch Zuschüsse gewähren. In der Regel wird der erste Versuch komplett bezahlt und alle weiteren mit immer weniger prozentualer Beteiligung. Ja, dann muss doch das Glück vollkommen sein. Ja, ist das. Ja, und wir machen heute Untersuchung, wir beide, dann gehen die anderen raus. Aber wir beide gucken jetzt erstmal, wie der Bauch aussieht, ob die Naht gut verheilt ist, ob die Gebärmutter wieder schön klein ist. Oh, so gefällt mir gar nicht, so blass wie sie ist. Also irgendwas stimmt nicht. Ja, meine Muskeln tun weh, die Gelenke, also, aber das ist ja vollkommen normal. Na, nee, Moment, also Gelenke und Muskeln sind ja jetzt nicht unbedingt mit dem Wochenbett gleichzusetzen. Das sehe ich. Also, mir geht es ja an sich gut. Mhm, naja. Also, wir gucken jetzt mal, wir müssen die Untersuchung machen, wir müssen noch ein paar Blutwerte bestimmen, jetzt nach der Entbindung, wie der Eisenwert ist. Vielleicht sind sie einfach nur kaputt, weil sie wenig Eisen haben. Ja, bei der Untersuchung gehen wir. Ja, okay, alles klar. Und Sie nehmen die Edda mit, oder was? Ja. Ah, okay, na gut. Und die Edda mit. Ja, ja, die schreit aber nie. Okay. Wir sitzen draußen, ne? Alles klar, es ist gleich. Was heißt das, die schreit bei mir nur? Also, ich verstehe es wirklich nicht. Also, wenn ich sie in den Arm nehme oder sie stillen möchte, gerade beim Stillen ist es eine absolute Katastrophe. Die schreit dann die ganze Zeit. Und ich versuche jetzt... Habt ihr Stress zu Hause, laute Geräusche? Nee, das glaube ich noch nicht mehr unbedingt. Das ist... Ich gebe ja auch ab und zu in die Flasche, obwohl ich das wirklich nicht befürworten kann. Also... Das ist überhaupt nicht schön. Aber ich würde das gerne selber in die Hand nehmen. Ich gebe dann manchmal einfach das vielleicht in der Mitte meinem Mann und dann... Vielleicht kommt das ja auch im Laufe der Zeit. Vielleicht müssen Sie erst mal wieder ein bisschen auf den Boden kommen und diese Schwangerschaft verdauen. Das ist wirklich schwierig. Wirklich schwierig. Wie schwierig die Gesamtsituation für Neumama Anja ist, davon wird die Gynäkologin alsbald erneut Zeugin. Zudem soll sich herauskristallisieren, dass ihre Patientin selbst unwissentlich zur angespannten Lage beiträgt. Das ist ja wunderbar. Ach du lieber Gott, ich verstehe das einfach nicht. Die hat Hunger, es ist doch klar, dass die schreit. Ja, mach doch ganz kurz hier. Ich verstehe das nicht. Bumisch, die macht ja richtig Rabatz, ne? Ja. Ich bin hier fertig. Warten Sie mal, ich habe einen Mutterpass fertig. Ich komme mal zu Ihnen rum, okay? Komm. Ich komme mal rum. Vielleicht legen Sie die Kleine auch nicht richtig an. Ich weiß nicht, was man ausmacht. Das Stillen klappt nicht immer so, wie man das im Buch liest und sich das vorstellt. Man muss sich ja auch erst mal auf ein Kind einstellen. Ein kleines Kind, das nuckelt auch mal an der Brustwarze und zieht und schläft daran ein und dann kriegt man es nicht mehr los. Das ist nicht so einfach, wie man glaubt. Aber die Schwierigkeiten, die Frau Woll hatte, die fand ich schon extrem. Obwohl Baby Edda ein absolutes Wunschkind ist, scheint Anja mit ihrer Mutterrolle zu hadern. Wieso der 28-Jährigen offenbar gerade alles zu viel ist, deutet sich beim folgenden Termin an, während der Besprechung der Laborergebnisse. Der Urin ist toll, da sind keine Bakterien drin, die Werte sind alle in Ordnung. Was ich nicht machen konnte hier, das muss eigentlich der Hausarzt machen, sind die Schilddrüsenwerte. Die würde ich nochmal abchecken, ob vielleicht deswegen so ein bisschen Müdigkeit ist, diese Abgeschlagenheit ist. Das solltet ihr nochmal machen. Und vielleicht ein paar andere Sachen, ob Mineralstoffe fehlen, das muss man meistens selber zahlen. Aber das wäre schon toll, denn die Kleine braucht ja auch jetzt viel durchs Stillen. Und vielleicht haben sie auch irgendeine Unverträglichkeit. Essen sie anders durch das Stillen? Nee. Ist es irgendwas anderes? Nein. Also mir geht es ja, eigentlich geht es mir wirklich gut. Ich finde das jetzt auch ein bisschen übertrieben. Na gut. Jetzt noch mehr untersuchen. Na gut. Also ihr Mann wird das mit Ihnen so ein bisschen zu Hause noch besprechen, denke ich. Und dann, wenn er das wollte, könnte er das ja mit dem Haushalt immer noch machen. Die Frau Woll ist ja eine knackgesunde junge Frau. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, warum sie nach drei Monaten noch Gelenkbeschwerden und Muskelschmerzen haben will. Also dem müssen wir irgendwie auf den Grund gehen. Das hat meiner Meinung nach nichts mit der derzeitigen Situation zu tun. So. Oh Mensch, ich bin noch nicht fertig. Okay. Komm her, Maus. Oh nein. Was ist das? Warum macht ihr das denn eigentlich immer? Ich verstehe das nicht. Geh mir die Flasche. Alles gut. Es kann nicht möglich sein, dass immer deine Mutter das macht. Weißt du was? Das ist mir auch einfach jetzt viel zu, viel zu... Hier, bitte. Nimm deine Tochter. Ich geh nicht. Ich hab da echt ein Tochter. Warum kannst du euch jetzt nicht wehen? Lasst mich jetzt in Ruhe. Es reicht jetzt. Frau Woll. Was ist denn jetzt schon wieder los? Tja, die kleine Edda hat wieder geschrien wie am Spieß. Und dann hat die Frau Woll so reagiert, wie ich das gar nicht für möglich gehalten hätte. Konnte ich nichts mit anfangen. Das stimmt irgendwas nicht mit ihr. Guck mal, die hat das Baby neun Monate in ihrem Bauch getragen. Und jetzt will das Kind mit ihr scheinbar nichts zu tun haben. Oder wie soll ich das werden? Das ist nicht das erste Mal. Das ist nicht das erste Mal. Alles gut. Das geht ja schon ganz... Aber guck mal, bei Ihnen ist sie ja ruhig. Ja, aber dieses... Die ist... Das ist jemand hier bei dir. Keine Ahnung, was das ist. Ständig ist die weg. Die steht auf. Plötzlich ist sie weg. Dann geht sie nicht ans Telefon. Die ist zwei, drei Stunden einfach weg. Versuchen Sie mal, sie zu erreichen. Ich möchte nochmal die Hormone checken. Ich will einfach mal gucken, was nicht stimmt. Und notfalls machen wir die Schilddrüsenhormone hier mit und gucken. Aber bringen Sie sie nochmal an Land. In der Hoffnung, dass Tim seine Frau zur Rückkehr bewegen kann, widmet sich die Gynäkologin in der Zwischenzeit einer Patientin, die eigentlich zur regulären Vorsorgeuntersuchung gekommen ist. Doch gleich zu Beginn sticht etwas anderes ins Auge. Was ist denn bei Ihnen passiert? Was ist denn passiert? Ach, einfach ein bisschen schlechte Haut im Moment. Aha. Ja. Schauen Sie mal das Wasser, bitteschön. Dankeschön. Ist Ihnen gut? Ja, Kopfschmerzen. Okay. Okay. So, muss ich irgendwas wissen? Sie kommen doch sonst eigentlich nicht ohne Grund zum Gespräch, holen einem dieses Rezept immer vorne ab. Was war denn los? Sie haben neun Monate kein Rezept geholt. Warum nicht? Haben Sie Pillenpause gemacht? Ja, ich hatte nicht so viel Geld im Moment. Also habe ich einfach die Pille von meiner Mitbewohnerin genommen. Die brauchte die eh nicht mehr. Wie, von der Mitbewohnerin? Ja, die brauchte die nicht mehr. Was sind für die Pille? Die hat auf die Spirale gewechselt. Ja, das ist ja gut. Aber welche Pille haben Sie genommen? War das die gleiche, die Sie hier auch bekommen? Nein, die sah ein bisschen anders aus, aber die Pille ist doch Pille. Haben Sie die bei sich zufällig? Meistens hat man die doch in der Tasche. Ja, die müssen wir gucken. Frau Knob hatte kein Geld. Und dann hat die Mitbewohnerin sich eine Spirale einsetzen lassen. Und Frau Knob hat sich überlegt, ich nehme einfach mal deren Pille. Ist ja egal, was da drin ist. Aber das geht nicht. Das ist zum Scheitern verurteilt. Ich kriege Zwischenblutungen oder bin schwanger. Oder habe, wie Sie, eine totale Hautveränderung. Ach, das ist doch gar nicht Ihre Pille. Wie, da haben Sie einfach gestern die alte genommen und heute die neue? Oder wie? Ach nee, nicht heute, schon seit ein paar Wochen. Also ich meine jetzt, Sie haben einfach so gewechselt. Ohne Pause, ohne Abblutung, ohne irgendwas. Da haben Sie aber Glück, dass Sie nicht schwanger sind. Das ist eine ganz andere Pille. Vorher haben Sie eine Pille gehabt, die hat so schön die männlichen Hormone unterdrückt. Da hatten Sie so eine tolle Haut. Und die Sie hier haben, die macht ja was ganz anderes. Die Pille, die Sie gehabt haben, die macht ja nicht nur die männlichen Hormone weg, sondern die hält ganz klar an den Eierstöcken die Eizellen zurück, dass man nicht schwanger wird. Wenn hier unten die Spermien in die Scheide kommen und in die Gebärmutter, dann sagt Ihre Pille, die Eizellen kommen nicht, da könnt Ihr Spermien lange warten. Aber jetzt haben Sie eine Pille, die wirkt völlig anders. Die macht nämlich hier unten mit einem dicken Verschluss, mit einem dicken Schleim die Gebärmutter zu. Aber das ist eine ganz andere Wirkungsweise. Leider ist es so, dass wir immer wieder ungewollte Schwangerschaften haben oder Probleme haben mit den jungen Frauen, die bis 22 die Pille hier in Deutschland bezahlt bekommen oder die Verhütung, aber danach leider nicht. Und viele sind halt dann noch in der Ausbildung, im Studium, die haben das Geld nicht. Sehr schade. Da kommen auch wahrscheinlich die Kopfschmerzen. Und Sie müssen Zwischenblutung gehabt haben. Wenn ich ein Präparat wechsle vom höher dosierteren auf ein leichteres, kann ich ganz schnell schwanger werden. Und die Blutung ist immer ein Warnhinweis, die Verhütung hat nicht funktioniert. Wenn Sie jetzt beim nächsten Mal nach dieser Packung, nach dem Ende, eine geringe Blutung bekommen, machen Sie bitte einen Schwangerschaftstest. Und dann fangen Sie diesmal nicht nach sieben Tagen Pause mit Ihrer alten Pille wieder an, sondern an dem Tag, an dem die Periode anfängt. Weil Sie wieder einen Pillenwechsel machen. Periode beginnt, neue Pille beginnt. Selber Tag. In drei Monaten, wenn ich Sie sehe, sehen Sie anders aus. Hoffentlich. Mira hat ihre Lektion gelernt und wird nie wieder ohne ärztliche Absprache die Verhütung wechseln. Auch bei Neumama Anja lichtet sich tags darauf der Nebel. Denn zunehmend wird klarer, wieso Töchterchen Edda die Brust nicht nehmen will. Sind Sie unruhig, wenn das passiert? Ist das laut bei euch? Zeigen Sie mir mal eben. Sie will ja wahrscheinlich wieder. Ich höre Sie ja da rum. Also ich kann es mir, wie gesagt, nicht erklären. Sie können sie mal eben anlegen. Ich komme nochmal zu Ihnen rum. Okay, jetzt kommen wir mal da hin. Ja, dann gab es in der Praxis nochmal einen neuen Stillversuch. Wir wollten ja alles dransetzen, um rauszukriegen, warum funktioniert es nicht. Und dann ist plötzlich ein Faktor ins Spiel gekommen mit dem haben wir alle im Grunde genommen anfangs nicht gerechnet. Und genau der war es. So, jetzt komme ich mal da hin. Sie sehen, es fängt ja direkt schon wieder an. Also da brauche ich ja gar nichts machen. Ich habe gerade mal hier Ihr Desinfektionsmittel genommen. Ehrlich gesagt, das riecht nicht gut. Das kann es wirklich. Hält Ihnen wirklich? Ja, das beißt doch richtig in der Nase. Ja, also gut riecht. Nehmen Sie das auch, wenn Sie Ihre Tochter auf dem Arm haben mit einer Flasche? Oder Sie nehmen sie das? Können Sie mal eben riechen? Oh Gott, das ist ja heftig. Das ist doch so. Warum desinfizierst du denn deine Hände? Ja, das ist doch, also ich finde das voll normal. Also es sind ja überall Keime. Wissen Sie was? Ich vermute, dass das der Grund ist, warum die Kleine nicht zu Ihnen hin will. Die hat so eine kleine Nase. Ganz winziges kleines Ding. Und da hauen Sie mit diesem Desinfektionsmittel rein. Sie meinen das lieb. Ich meine es wirklich nur gut. Die Kleine kennt Sie. Die kennt Sie. Die liebt Ihren Geruch. Die ist ja Monate in den Bauch gewesen, wenn die draußen ist. Die kennt Sie. Und jedes Mal, wenn die zu Ihnen hinkommt und sich freut und sich vertraut fühlt, dann kommt dieses verdammte Desinfektionsmittel. Machen Sie es nicht. Sind Sie doof? Na, Sie sind doch nicht doof. Sie sind zum ersten Mal Mutter. Hören Sie mal, wenn Sie das fünfte Mal ein Kind kriegen, wissen Sie das. Ich habe es wirklich nur gut gemeint. Also das ergibt natürlich auch total Sinn. Ich vermute, was das ist. Ach Gott, das ist ein Steinvermerz. Versuchen Sie es mal. Ich hoffe doch. Das ist das ganze Desinfektionsmittel. Gehen wir die Hände waschen. Sie können sich da die Hände eben waschen. Gehen wir die Hände waschen. Frau Woll wollte ihr Kind schützen. Die wollte sich die Hände desinfizieren. Die wollte Bakterien fernhalten. Aber letzten Endes konnte die kleine Edda ihre Mutter nicht riechen. Weil dieses Desinfektionsmittel scharf ist, das geht in die Nasenschleimhaut. Aber das Bonding, die Beziehung zwischen Eltern und Kind, das läuft immer bei den kleinen Neugeborenen über den Geruchssinn. Das heißt, wenn die Edda ihre Mutter nicht riechen konnte durch dieses scharfe Desinfektionsmittel, gibt es auch keine Beziehung miteinander und gibt es auch kein friedliches Stellen. Es gibt auch einen Wert, der nicht schön ist. Das ist die Schilddrüse. Und die Schilddrüse bei Ihnen, die ist ganz, ganz schlecht eingestellt. Und eine niedrige Schilddrüse heißt, keine Lust auf irgendwas. Keine Lust. Ich bin deprimiert. Ich bin wirklich deprimiert. Und wenn sich das bewahrheitet, was ich vermute, dann haben Sie wirklich eine postpartale Depression. Das heißt, eine Depression, die Frauen nach der Schwangerschaft haben. Es gibt ja einen Baby-Blues. Den hat man so ein paar Tage. Dann ist er wieder vorbei. Aber bei Ihnen geht das jetzt in die sechste Woche. Wenn das nur an der Schilddrüse liegt, lässt sich das schnell beheben. Wenn nicht, würden wir Ihnen Hilfestellung geben. Weil wir ein paar Adressen kennen, an die Sie sich wenden können. Dann würden Sie auch noch mal anrufen, wenn Ihre Frau es nicht tut. Sie kriegen von mir gleich einen Bogen mit. Speziell für Schwange. Und da muss man wirklich ehrlich sein. Ehrlich sein. Und sagen, ich will das ausfüllen, so wie das ist. Und wenn der entsprechend ein Ergebnis liefert, dann würden wir Ihnen helfen. Mit einer Psychotherapie. Frau Woll sollte meiner Meinung nach wirklich dringend sich an eine Organisation hier in Deutschland wenden, die speziell für diese postpartalen Depressionen da sind. Die heißt Schatten und Licht. Das sind Psychotherapeuten, das sind Hebammen, und das sind Frauen, das sind Frauen, die sich speziell mit Schwangeren oder ehemaligen Schwangeren beschäftigen und dazu beitragen, dass die innerhalb von ein paar Monaten wieder ins normale Leben kommen. Sonst muss man tatsächlich im allerschlimmsten Fall auch mal mit Suizidgedanken rechnen. So schwierig sind die Hormone bei manchen, bei den postpartalen Depressionen, durcheinander geraten. Bei Anja hat sich der Verdacht auf eine postpartale Depression bestätigt. Dank einer Therapie sowie verschiedener Hormonausgleichspräparate ist die 28-Jährige inzwischen wieder seelisch und körperlich stabil und liebt ihr Familienleben.